Toiletten können so viel Spaß machen. Wahnsinn, es glitzert. Perfekt. Mehr, mehr. Mentors, los, 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 los. Ups, ich hab es schon wieder getan. Hey, schau, was ich gemacht habe. Ich brauche einen Handy. Hallo. Hallo. Viel Glück. Gar nicht schlecht. Tschüss. Neue Handy. Lauf. Hey. Ich hasse Handy. Oh nein. Kaputt. Was ist los? Ich habe einen Splitter in meinem Finger. Mach dir keine Sorgen. Nein, 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 nein. Was? Okidoki, ich habe eine bessere Idee. Schau, wie das glänzt. Glänz. Oh. 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 Ich habe dir etwas gemacht. Hier ist ein Brei. Ich will den nicht. Das wird ganz schön knapp. Verlaufen zu weinen. Eine Sekunde. Irgendetwas, irgendetwas. Keine Dorge. Keine Sorge. Ich habe das. Das hoffe ich doch. Okidoki. Konzentration. Ich schaffe das. Leckere Soße. Sehr schön. Nanny. Nanny, ich bin hungrig. Eine Sekunde. Notfallsnack. Nun, es ist ein Notfall. Sieht köstlich aus. So süß. Käse. Okidoki. Der Letzte. Mama Mia. Ausgezeichnet. Fertig. Mit die Pizzas. Leckere Pizzentür. Ich liebe sie. No, no, no. Nicht essen. Lecker. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mein Bauch. Mama Mia. Oh, oh. Du wächst so schnell. Ciao, Bella. Juhu. Ich bin ein Riese. Oh, no. Oh, no. Oh, oh. Oh, probieren wir den kleinen Zaubertranken zum Nachttisch. Oh, oh, oh. So ist es schön warme. Oh, no. Gute Nacht, der kleine Ginger. Oh, oh, oh. Oh, oh. Süße Träume. Oh, egal. Oh, was? Oh, besser. Oh, oh. Oh, oh. Oh, was ist da passiert? Was ist da los? Ein Monster. Monster? Keine Sorge. Es ist nicht. Oh, nein. Lass mich nicht allein. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Vor der Dunkelheit? Hm. Ich habe eine Idee. Los geht's. Juhu. Genau, was ich brauche. Wir brauchen eine schüttete Farbe als diese. Nur ein bisschen grün. Exzellente. Ihr solltet wissen, dass ich der beste Ingenieur des Jahres bin. Fantastico. Ich liebe es. Wow. Wow. Klasse. Endlich Zeit zum Schlafen. Wow. Bist du das? Wow. Was? Ich brauche etwas Schlaf. Hilfe. Ah. Oh, wow. Hilfe. Oh. Keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Wow. Mario. Wow. Er ist die beste Nanny. Ah. Das Frühstück ist fern. Ah. Oh. 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 Guten Morgen. Mama Mia. Lass du mich etwas sauber machen. Du musst dich umziehen. Hier. Nein. Ich mag meinen Schlafanzug. Das habe ich bei Tiki-Docke gesehen. Was ist das? Okidoki. Es ist soweit. Dein neues Outfit. Wow. Wow. Ich will das gleich anprobieren. Oh. Aber natürlich. Los geht's. Oh. Oh. Wow. Ich mag kein Grün. Ich wäre es mit Rosa. Das mag ich sehr. Oh. Wow. Ich bin eine Prinzessin. Ich liebe es. Juhu. Wow. Au. Das ist zu lang. Was ist mit denen? Oh. Ich bin krank. Oh. Du bist krank. Du brauchst ein bisschen Hustensaft. Okidoki. Okay. Bitte sehr. Oh. Oh. Was soll ich tun? Oh. 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 Brauchst du einen Heilsilz? Oh. Oh. Wer ist drei Münzen? Hey. Oh. Oh. Oh, die habe ich. Los geht's. Wow, da hast du ihn. Perfekt. Nimm den, Ginger. Oh, ein Pilz? Ich liebe Pilze. Geht es dir besser? Oh, ich fühle mich großartig. Vielen Dank, Nanny. Die beste Nanny. Ich bin wieder da. Mutti, schau. Mario ist die beste Nanny. Das ist toll, Schatz. Oh. Was leuchtet denn da? Oh, wow. Wow. Ich stecke fest. Hilf mir. Hilfe. Bitte rette sie. Keine Sorge. Ginger, ich werde dich retten. Wow, das ist so cool. Wir haben es geschafft. Oh, wow. Wir könnten zu Hause Hilfe gebrauchen. Oh, leckeres Süßigkeiten. Ich bin ein Vogel. Ich fliege. Wow. Willkommen im neuen Zuhause. Oh, hi, Orange. Hunger, 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 Hunger. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Pizza? Ich habe auch Hunger. Die schmeckt so lecker. Ist das mein neues Zimmer? Das muss dringend renoviert werden. Und ich weiß schon, wie. Wir machen einfach recycelte Dekorationen. Juhu, jetzt brauche ich nur noch mehr Regenbogen. Fertig, erster Schritt abgeschlossen. Zeit, Platz für die Dekoration zu schaffen. Tschüss, Spinnennetze und alte Gemälde. Hallo, neue tolle Dekorationen. Und perfekt. Was meinst du? Essen, essen, essen. Okay, tschüss. Oh, sorry. Hi, ich bin Ginger. Hi, Ginger. Er ist blind. Ah, er ist blind, okay. Süßigkeiten. Oh nein, ist so schön. Die kannst du nicht essen. Definitiv keine Süßigkeiten. Oh je. Lebt das noch? Ja, das sind keine Süßigkeiten. Iiih. Oh, ich helfe dir. Keine Sorge. Oh, ich hab's. Kann ich die haben? Danke. Aber das ist meine Lieblingsflasche. Aber das ist meine Lieblingsflasche. Ich muss das austrinken. Sie trinkt so schnell. Sie wird explodieren. Zeit für die Schere. Ich hätte noch eine trinken können. Doppelt hält besser. Jetzt zusammensetzen. Und jetzt mit Süßigkeiten füllen. Die mag ich übrigens am liebsten. So bunt wie meine Mitbewohner. Juhu. Süßes für alle. Für blau, für grün und für orange. Juhu. Herzlich priege ich Süßigkeiten. Sie sind hier drüben. Hoffentlich nicht mehr in seinem Geschmack. Süßigkeiten. Sie gehören alle mir. Orange. Warum isst du so viel? Du musst lernen zu teilen. Au, au. Ich kann nicht schlafen. Und warum, blau? Ich hab Albträume. Oh, armer Blau. Oh, ich sollte mir den Karton ansehen. Ich frage mich, warum er nicht schlafen kann. Oh, da ist eine riesige Spinne. Blau braucht einen bequemeren Karton. Hier drin herrscht das pure Chaos. Ich muss das alles loswerden. Oh, was ist das? Oh, das hätte ich kommen sehen sollen. Und sauber. Am Blue. Da, bitte, da, bitte. Ich bin fertig. Komm her. Oh, wie gemütlich. Ich lege mich gleich rein. Juhu. Und noch was. Ein Kissen für dich. Jetzt werde ich gut schlafen. Danke. So weit. Ist das... Oh, warte. Das ist mein Kissen. Oh, Mensch. Und wie soll ich jetzt schlafen? Es ist ganz fettig. Total ruiniert. Aber vielleicht kann ich es abdecken. Ich will einen Galaxie-Look. Ich hoffe, diese gelbe Farbe funktioniert. Diese Sternennacht ist besser als die von Van Gogh. Jetzt kann ich gut schlafen. Gute Nacht, Ginger. Ich mach das Licht aus. Ich bin mir sicher, der Scheiter war hier. Ich finde ihn nicht. Nein, 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 nein. Reichts, rechts. Hoch, hoch. Äh, äh, na. Wo ist er? Fertig. Ja, beim ersten Versuch. Süße Träume. Endlich. Wer ist da? Blau, bist das du? Ich glaube, ich bin zu müde. Hä? Ja. 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 Ich brauche ein Nachtlicht. Okay. Lumos Maxima. Ja. Viel besser. Ich brauche dieses Glas. Alles ausleeren. Pinke Farbe zum Anmalen. Ich benutze die ganze Tube. Wow. Pink ist meine Lieblingsfarbe. Schmetterlinge. Die verschillen an die Lampe von innen. Shake it up. Shake it up. Hate is gonna hate. Hate, hate, hate. Fertig. Super. Jetzt das Wichtigste. Die Lichter. Viele bunte Lichter. Das wird so schön, dass selbst Tinkerbell neidisch wäre. Licht. Kamera. Schlaf. Hi, Ginger. Willst du ein Spiel spielen? Explodieren wir. Ich habe nur einen Karton. Der Rest fehlt. Ich helfe dir, den Rest zu finden. Dann hast du sie das letzte Mal gesehen. Gehen wir. Oh, habe eine gefunden. Du kommst mit. Da ist noch eine. Scannen, scannen. Oh, hab dich. Das war einfach. Komm schon, Kartonchen. Und du auch. Und du. Und du. Und du. Als würde sie einen Wolkenkratzer bauen. Sie ist eine gute Detektivin. Du hast sie alle gewonnen. Juhu. Magst du's? Natürlich, Kleine. Was soll ich sonst noch basteln? Die Lampe. Oh ja, die Lampe. Ein Kinderspiel. Du wirst genauso bunt wie das Haus. Sorry, Wednesday Adams. Aber schwarz-weiß ist zu langweilig. Ich wette, Annit findet das auch. Dafür benutze ich all meine Wachsmalstifte. Oh, sie werden so stolz auf mich sein. Beim Basteln ist mehr, mehr. Sieht schon super aus. Okay, das sollte gehen. Und Zeit, sie zu schmelzen. Jetzt wird's heiß. Oh, mit dem Füll schmelzen sie ganz einfach. Ich nenne diese Technik Farbexplosion. Dann fertig. Wow. Und fertig. Wow, die ganzen Farben. Blau, sieh mal. Ginger, wow. Das ist so hübsch. Mach sie an, mach sie an. Okay. Eins, zwei, drei. Wow, das sieht fantastisch aus. Yay. Was passiert hier? Oh, ich hab Angst, was doch leid. Was ist passiert? Das Licht ist ausgegangen. Wir müssen Batterien finden und hier reintun. Oh, Batterien. Wo? Oh, ich weiß, wo ich eine finde. Tut mir leid, Grün. Was tut dir leid? Das sieht wie eine Batterie aus. Das war einfach. Das war einfach. Die ist so klebrig. Oh, komm schon. Aha, da ist noch eine. Oh, komm, Batterie. Noch eine gefunden. Oh, lass mich bitte nachsehen. Oh, Orange. Du kommst da rein. Oh, Bingo. Tor. Oh, da. Oh, ein Toilettenspielzeug. Oh, wofür? Oh, wer hat das erfunden? Egal. Ich hab eine Batterie. Ich meine zwei. Drei. Juhu. Überraschung. Juhu. Wusstet ihr das? Gute Leute. Meine eigene Geburtstag, Feier. Ein Kuchen. Warum ist der so weiß? Weil du basteln magst. Dekorieren wir ihn zusammen. Eine super Idee. Machen wir ihn bunt. Oh, ich liebe es zu basteln. Er muss zu den Rainbow Friends passen. Blau nicht vergessen. Orange ist am besten. Alle lieben grün. Ah, dieser Kuchen fühlt sich komisch an. Äh, äh, grün. Der Kuchen ist da. Egal, ich helfe dir. Okay. Der letzte Schnitt. Tada. Orange, ich weiß, dass du den Kuchen willst. Du kannst ihn haben. Juhu. Oh. Meine Familie ist komisch. Wer ist euer liebster Rainbow Friend? Schreibt's uns in die Kommentare. Hi, Herr Blue. Dein kostbares Herz ist mein. Ha, 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 ha. Oh, saftig. Ha, 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 ha. Keine Sorge, Herr Blue. Ich repariere dich. Es ist riesig, aber das geht schon. Ha, ha, ha. Oh. Die Schule gehört mir. Oh, nein. Oh, oh. Wo sind wir? Willkommen zur ersten Challenge. Ihr müsst zusammen in jedes Vier-Eck springen. Und bis zum Letzten innerhalb der Linie bleiben. Wie sollen wir das nur machen? Kinderleicht. Ich bin Sportlerin, Süße. Perfekt. Du bist dran. Okay, ich schaff das. Puh. Oh, gut. Oh, was? Das ist winzig. Meins. Bewege dich. Oh, festholt. Oh, nein. Ich hab's. Okay. Ich übe jeden Tag Ballett. Geschafft. Geschafft. Oh, nein. Oh, nein. Willkommen beim Nachsitzen. Eure nächste Challenge? Erraten, was in der Box ist. Niemand hat das je geschafft. Oh, na dann. Ich hoffe, es ist ein Hund. Okay, los geht's. Fühlt sich wirklich weich an. Das ist schön entspannend. Ist es ein Fidget-Spielzeug? Oh, Moment. Warum krabbelt es? Würmer. Weichei. Seht gut so. Ich hoffe, es ist was Gruseliges. Cool. Wow. Fühlt sich an wie... Schleim. Juhu. Was? Oh, ne zwei. Ich hab noch Würmer auf mir. Oh, ich will das nicht. Oh, das ist so weich. Ich hoffe, es ist keine Spinne. Moment. Es hat Ohren. Es ist ein Hase. Nein, ich mach das nicht noch mal. So weich. Ein Schlüssel. Lass uns abhauen. Essen. Ja. Essen. Ich hab's schon wieder. Eure dritte Challenge. Erratet euch, dass Essen echt oder künstlich ist. Cool. Echt? Ernsthaft? Alles muss man selber machen. Ihr habt meine Challenge ruiniert. Tut mir leid, Blue. Man kann ja mal probieren. Oh, wow. Das war einfach. Ich schätze, ich bestehe. Na gut. Teil zwei. Okay. Wow. Das ist offensichtlich ein Kuchen. Oh. Meine ist das Kuchen. Vielleicht ist meine essbar. Mein armer Zahn. Du musst zurück. Es war kein Kuchen. Diesmal habt ihr verloren. Ihr gehört mir. Nein, wir gehören dir nicht. Wir entkommen dir. Was? Komm schon. Er wird uns fangen. Er kommt. Ich finde euch. Ich bin nicht. Ihr entkommt mir nicht. Ich kriege euch. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Okay. Er ist weg. Fangen wir ihn. Ich komme. Oh je. Was ist das? Was ist das? Das Einzige, was ich gefunden habe. Egal. Gehen wir. Sie müssen irgendwo hier sein. Warte auf mich. Oh, was stecken. Huh? Es ist cool, miss. Shhh!